Leute, ganz ehrlich, ich war damals immer so aufgeregt vor diesen ganzen Prüfungen. Man muss so viele Themen lernen, man hat so eine Riesenmasse vor sich und weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Klickt euch einfach über das I hier oben in die Playlist und dann könnt ihr einige Grundlagen einfach nochmal auffrischen. Viel Glück, ich drück euch die Daumen, ihr macht das.